Let the future talk Überlasst uns mal die Zukunft Powered by die Mutmacher Beim heutigen Future Talk begrüße ich ganz herzlich Lina und Sibylle. Schön, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit. Und wir möchten heute über Lernen sprechen, im Wesentlichen, über euer gemeinsames Projekt Aha Lernen und über weiter hinaus, glaube ich, überhaupt Schule und welche Einstellung wir Menschen zum Lernen haben. Aber bevor wir da eintauchen, möchte ich euch doch gleich einmal bitten und fangen wir vielleicht mit dir, Lina, an zu erzählen, was ist Aha Lernen? Wie können wir uns das vorstellen? Also Aha Lernen ist ein Nachhilfeprojekt, was quasi Nachhilfe mal ein bisschen anders. Uns geht es wirklich darum, dass man Themen wirklich versteht und nicht nur für den nächsten Test lernt. Das kennen wir alle. Wir lernen schnell für den Test, weil wir eh super viel Druck haben und probieren noch gerade eine gute Note zu schreiben und danach vergessen wir es wieder, weil dann eh schon der nächste Test kommt. Uns geht es darum, wirklich Grundverständnisse zu vermitteln, damit die Schüler es dann im Nachhinein auch leichter haben, die nächsten Jahre quasi sich selber leichter beizubringen. Und das Ganze bis in Gruppen. Das bedeutet, dass wir quasi in Gruppen sich die Schüler das selbst erarbeiten. Wir sind vor allem als Coaches da und helfen ihnen bei der Erarbeitung. Das Besondere ist vor allem auch die Generationenvermischung, dass wir auch Erwachsene einladen, dabei zu sein, die sagen, sie haben das nie verstanden, zum Beispiel in Mathematik und wollen es jetzt verstehen, dass die dazukommen können und mit den Schülern einfach ein Teil der Gruppe sind und es mitarbeiten. Das ist mal so die Grundidee auf jeden Fall. Genau. Okay, das klingt ja super spannend. Vor allem das mit der Gruppe. Also ich denke mir, dass Nachhilfe in Gruppen stattfindet oder mehrere Leute im Raum sitzen. Das gibt es wahrscheinlich öfter, aber so wirklich sich in der Gruppe gemeinsam etwas zu arbeiten und das unter Umständen auch noch generationenübergreifend. Das ist doch recht innovativ. Sibylle, wie ist die Idee denn entstanden? Die Idee ist entstanden, indem ich von der Lina gehört habe, dass sie so gut ist in Buchhaltung. Und ich kann das nicht gut. Und so ist sie zu mir gekommen, hat mir mit meiner Buchhaltung geholfen. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich bin Pädagogin und mache Trainings zur Sucht- und Gewaltprävention und bin immer noch involviert in ein Sozialprojekt an einer Brennpunktschule. Und wir haben gefunden, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir gemeinsam so ein Projekt entwickeln könnten. Auch generationenübergreifend. Das finde ich eine schöne Idee. Wobei mir so sehr daran liegt, denn ich habe meine Gymnasialjahre eigentlich in Mathematik nie wirklich verstanden, was ich da tue. Ich habe es halt irgendwie gelernt, damit ich durchrutsche. Und es ist schade um die Zeit. Und die Lina ist besonders gut in Mathematik. Nicht nur in Mathematik, sie ist ein Tausendsasser. Und ich habe gefunden, da machen wir doch das. Denn ich habe viel gelernt in meinen Jahren des Trainings und auch des Unterrichtens und so. Und wir wollen unser Wissen zusammentragen und den Kindern zugutekommen lassen, weil ich glaube, dass sie das sehr brauchen. Vor allem den sehr persönlichen Kontakt und auch sich das gegenseitig beibringen. Jetzt hast du, Sibylle, mir ja schon die nächste Frage fast aufgelegt. So die Lina als Tausendsasser. Was heißt denn das genauer? Was machst du alles? Was ist überhaupt so ein bisschen dein Background auch? Also ich war vier Jahre in einer Volksschule mit Montessori Hintergrund, was mir sehr gut gefallen hat, wo ich auch immer so einen Wochenplan hatte. Und das war eigentlich, das lief noch alles gut ab. Und dann bin ich in ein Gymnasium gekommen, ein Jahr lang. Und dort wurde ich ziemlich stark gemobbt und es ging mir einfach gar nicht gut. Weil das Problem war auch wirklich, dass ich mich halt mehr mit den Jungs verstanden habe. Und da war so die Zeit zwischen Jungs und Mädchen. Die Mädchen haben die Jungs blöd gefunden und die Jungs die Mädchen. Und mir ging es halt einfach wirklich gar nicht gut. Und dann war ich drei Tage die Woche immer zu Hause. Einfach weil meine Eltern haben mich probiert hinzubringen und was auch immer. Und ich bin einfach irgendwann nur noch heulend da gesessen. Um sieben wollte ich losgehen oder um halb acht und bin einfach am Gang schon vor der Wohnungstür nur noch heulend da gestanden. Und meine Mutter hat gesagt, ja okay, bleibst zu Hause. Aber dann habe ich irgendwann, hat eine Freundin meiner Mutter eben diese Alternativschule gegründet. Und dann war ich dort und das war für mich einfach die totale Rettung. Weil ich war schon so fertig von diesem Gymnasium im Jahr. Und das ging mir einfach gar nicht gut. Und dann habe ich mich in diesen drei Jahren so entfaltet und einfach so zu mir selbst gefunden. Das war echt schön. Und einfach so ein Selbstbewusstsein auch aufgebaut. Und dann war ich ein halbes Jahr auf einer Modeschule. Und ich habe mir aber schon mit fünf Jahren selber irgendwie das Nähen beigebracht. Mich hat das einfach damals total begeistert in der Zeit. Und da haben wir halt erst nähen gelernt und mir war einfach sehr langweilig. Und dann hatte ich die Möglichkeit auf eine Fußballschule zu gehen, weil ich recht viel Fußball spiele oder gespielt habe, jetzt nicht mehr. Und war halt ein halbes Jahr dort und ich hatte bis auf zwei Fächer, die ich in der Modeschule hatte, alle Fächer dort nicht. Und beim Wechseln musste ich eigentlich für alle Fächer eine Prüfung machen. Und in Englisch, das hatte ich halt schon. Das war auch das gleiche Fach. Da konnte ich eigentlich keine Prüfung machen. Und ich hatte einfach einen Englischlehrer, der mich, ich weiß nicht, ob er mich nicht gemocht hat. Aber egal, was ich getan habe. Und ich war nicht gut in Englisch. Aber für die vier hätte es gereicht. Und die Grammatik war positiv, aber das mündliche, ich weiß nicht. Das hat ihm einfach nicht gereicht, egal, was ich gemacht habe. Und dadurch, dass ich eben davor in der Modeschule war, ist man so ein außerordentlicher Schüler. Man kann in Fächern, die man eben nicht hatte oder ähnlich, wie mir war es Mathematik und Spanisch, weil es eine andere Art der Mathematik war, konnte ich dort keine Prüfung, also konnte ich einfach, wurde ich nicht beurteilt in den Fächern. Und ich hätte, nachdem ich in Englisch negativ war, drei Jahresprüfungen machen müssen im September. Und ich bin dort in dieser Schule jeden Tag eineinhalb Stunden hingefahren, weil das eine Bad fürs Lau war. Und eineinhalb Stunden zurück. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass das, also ich bin dann eine, ich wollte eigentlich dort wiederholen. Und dann eine Woche vor Schulbeginn ist, irgendwie bin ich total zusammengebrochen, habe nur noch geweint, weil ich kann nicht mehr. Und dann haben wir noch eine Woche vor Schulbeginn eine Hack gefunden. Und im Nachhinein bin ich total dankbar, dass das so passiert ist. Ich meine, natürlich war es keine schöne Erfahrung und ich bin wirklich in einem halben Jahr, ich habe echt gedacht, dass ich, ich weiß nicht, kurz vor dem Burnout oder so, ich habe nichts mehr neben der Schule getan, außer Fußballspielen. Es ging mir wirklich extrem schlecht, aber auch genau aus diesem Grund, weil ich nichts anderes mehr hatte. So als ich mich nur noch auf das Schlimme konzentriert habe quasi und immer nur gekämpft habe. Und es ging sich eben nicht aus. Und das ist auch eine Erfahrung. Danach wird auch bewusst, dass es einfach nicht darum geht, ob es sich ausgeht, sondern einfach, dass du das, was sich ausgeht, so gut wie möglich machst und einfach Spaß daran hast. Und eben die Hack war irgendwie wie eine Rettung dann. Und da bin ich dann voll aufgeblüht. Da wurde ich gesehen im Fußballgymnasium, war es einfach so, ich war dort und es war, man wird einfach nicht gesehen von den Lehrern. Es war wie, es gibt einfach Menschen, die sehen einen und welche, die sehen einen nicht, egal was du tust. Und ich bin da gestanden und ich war davor, ich habe dort in der Alternativstühle wöchentlich Präsentationen gehalten. Ich bin das total gewöhnt und habe kein Problem, vor über 100 Menschen zu sprechen. Aber in dieser Schule habe ich zitternde Knie von meiner Klasse bekommen. Ich konnte nicht einmal von meiner Klasse reden. Das war schrecklich für mich. Und dann in der Hack war direkt die erste Präsentation und ich wusste, okay, das passt. Da habe ich geredet und auch jetzt, wenn ich dort was präsentiere, ich habe kein Problem, ich rede einfach. Und ich glaube vielleicht, dass es auch, wenn ich jetzt noch drei Jahre habe, für die ich jetzt nicht so begeistert bin, weil ich doch schon weiß, was ich machen will und gern schon früher was machen würde, was mir halt Spaß macht, was trotzdem habe ich durch das Wiederholen trotzdem wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt und nicht das Gefühl, oh Gott, ich habe ein Jahr verloren. Sondern genau deswegen kann ich jetzt sagen, okay, ich war in sechs Schulen, aber ich weiß genau, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also ich war drei Jahre auf einer Alternativschule, wo ich halt auch ziemlich viel Gruppen geleitet habe. Schon im jungen Alter, also mit elf Jahren, habe ich teils Gruppen mit 17-Jährigen drin geleitet und habe auch da einfach viel Gruppenleitungen auch gemacht und viel Erfahrungen gesammelt in dem Punkt. Und das interessiert mich einfach wahnsinnig und macht mir auch Spaß und habe dann verschiedene Schulen besucht, auch nach der Alternativschule und lang gebraucht, um was zu finden, was wirklich passt zu mir, weil ich mich einerseits teils gelangweilt habe und dann immer wieder neue Sachen probiert habe und bin im Endeffekt jetzt auf einer Hack gelandet und habe jetzt noch drei Jahre vor mir. Also ich bin jetzt zwei Jahre habe ich schon hinter mir und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich möchte auch irgendwann Steuerberaterin lernen, das ist zum irgendwann eine eigene Kanzlei zu öffnen, das ist mein Traum. Und ich habe, es gibt ein Programm, wo man neben der Schule studieren gehen kann. Und das habe ich neben der Schule gemacht und habe Wirtschaftsrecht begonnen zu studieren. Also Teile natürlich nur und auch nicht so schnell wie jetzt ein ganzes Studium. Aber das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und außerdem arbeite ich auch 15 Stunden fix angestellt in der Woche neben der Schule. Und eben zusätzlich machen wir AHA-Lernen, was mir wahnsinnig viel Freude macht, weil es mir einfach so ein Herzenswunsch ist, weil ich so viel Nachhilfe gebe neben der Schule. Ich habe vor einer Matheschule in meiner eigenen Klasse 20 Stunden Nachhilfe gegeben. Und irgendwann habe ich halt einfach, natürlich habe ich auch diesen wirtschaftlichen Touch, wo ich mir gedacht habe, man könnte auch ein Geschäft draus machen. Und andererseits ist es einfach so ein Herzensanliegen von mir, das wirklich verständlich zu machen, weil ich habe viele Schüler schon immer wieder, vor allem vor Nachprüfungen oder kurz am Ende des Jahres bei einer Wiederholungsprüfung unterstützt, auch momentan einen im Fach Rechnungswesen. Und habe da auch einer Freundin in Mathe eben sehr viel geholfen. Und das ist, sie hat dann nachher zwei Stunden gemacht und gesagt, so viel habe ich das ganze Jahr noch nicht verstanden. Und das war so ein Moment, wo ich sage, ja, genau darum geht es einfach mal, andere Perspektiven sich das anschauen. Und ganz tolle Erlebnisse habe ich eben auch gemacht in Gruppen, wo ich dann dem Lehrer auch vorgeschlagen habe, wie wäre es, wenn wir was in Gruppen machen. Und er das dann auch umgesetzt hat. Und dann haben wir immer gesagt, okay, es gibt einen Experten in der Gruppe und der hat das mal einem erklärt. Und die haben sich das zusammen angeschaut oder mal zwei. Und die haben das dann weiter erklärt. Und plötzlich gab es in der Klasse da gar keine Missverständnisse mehr. Und dadurch sind auch die Noten wieder gestiegen. Und das ist einfach, es geht halt nicht um die Noten, es geht auch vor allem um das Verstehen. Aber das waren einfach so tolle Erlebnisse. Und da kommt es dann vielleicht auch zu unserem Namen, Aha-Lernen. Das sind eben so Aha-Erlebnisse. Und den Namen hat die Sibylle vorgeschlagen, waren wir im Stadtpark spazieren. Und das war für mich ganz klar, dieser Name ist es, weil es genau darum geht, diese Aha-Erlebnisse zu haben, um es sich eben auch langfristig zu merken. Apropos langfristig merken, bei mir sind jetzt ungefähr eine Million Fragen aufgetaucht. Und ich hoffe, ich merke sie mehr, weil ich gerne so viel wüsste. Aber gehen wir mal so Schritt für Schritt, was du jetzt quasi schon verraten hast, als eine der vielen Dinge, wie du offenbar diese Aha-Erlebnisse ermöglichst, habe ich so herausgehört, dass die Schüler und Schülerinnen einander etwas erklären, was sie schon verstanden haben oder vielleicht auch noch nicht. Und dadurch eigentlich auch erst einmal so überhaupt drüber nachdenken, was weiß ich denn drüber. Und da auch in diese Selbstermächtigung quasi komme. Also auch weitergeben zu können, teilen zu können und so weiter und so fort. Sibylle Durst erzählt, dass die Lina so gut erklären kann, vor allem Mathe, aber ich weiß nicht, ich muss dann auch sagen, ob es um andere Gegenstände geht. Was außerdem, was wir jetzt gerade besprochen haben, macht denn die Lina dann noch, was ermöglicht diese Aha-Erlebnisse zu haben? Wie tut sie da, was wendet sie da an? Die Lina hat in dieser Alternativschule ein System kennengelernt, das ich vor 2013 war ich in Russland, an einer Schule, wo die Kinder in kurzer Zeit enormes Wissen und Fähigkeiten erlangen. Und das hat ein ganz bestimmtes System, wo die Kinder es einander erklären, und zwar die, die es schon öfter durchgemacht haben und die, die es erst einmal durchgemacht haben, die bringen es den Neuen bei, die anderen passen auf und ergänzen. Es geht sehr stark darum, um Fehler machen zu dürfen und zu schauen, was habe ich nicht verstanden, damit sich sinnvolle Fragen ergeben und wirklich ein Verständnis passiert. Und die Lina kennt das System, es ist auch sehr anschaulich, mit Schaubildarbeit wird da gearbeitet und es ist, wir probieren etwas aus und ich weiß, meine Erfahrung mit Menschen zu arbeiten, ich mache auch Beratungen für Erwachsene oder Trainings. Ich kann nicht vorher sagen genau, was ich mache, sondern ich muss spüren, was ist da jetzt angesagt und angebracht und danach orientieren wir uns. Ja, genau. Ich glaube eben, es kommt, bei jedem muss man was anderes anwenden und wenn man merkt, das eine funktioniert nicht, dann muss man es über einen anderen Weg schaffen und auch vor allem mal schauen, okay, was können sie überhaupt schon, weil oft scheitert es daran, dass sie denken, dass sie nichts können und in Wirklichkeit können sie dir die Hälfte eh selber erklären. Oder haben dann halt so Panik vorm Lehrer, weil da irgendeine blöde Situation mal war, dass es nicht mehr geht. Und es geht vor allem eben auch darum, dass man sagt, okay, wie stärken wir die Schüler so, dass sie auch dann in den Situationen in der Schule besser damit klarkommen. Und es soll einfach quasi, oft ist es eben auch das Thema, okay, ich muss in Nachhilfe gehen, um das, was mir eh keinen Spaß macht, noch mehr zu machen. Es soll ein Ort sein, an dem die Schüler hinkommen und sich freuen, hinkommen zu können. Und ich habe in Englisch, also jetzt habe ich gar keine Probleme mehr. Ich hatte vor ein paar Jahren Probleme und hatte auch einen Lehrer, der mich leider gar nicht gemocht hat. Also hätte ich tun können, was ich wollte, wollte mich einfach nicht durchlassen. Habe ich auch urviel Nachhilfe genommen. Und ich habe immer mehr in den Widerstand bin ich gegangen und es hat gar nichts gebracht. Und es ist immer schlimmer geworden. Und ab dem Moment, wo ich mich damit begonnen habe zu entspannen und jetzt so eine geniale Englischlehrerin habe, ist das einfach ganz anders geworden. Und ich glaube, und seitdem verstehe ich die Sprache und ich habe gar keine Probleme mehr. Und ich glaube, es geht eben darum, dass, ich glaube, es ist auch unser Herzenswunsch, dass wir auch den Schülern helfen, sich zu entfalten und ihr Potenzial zu entfalten. Und ich denke, man kann sich mit nicht allem anfreunden und auch aus allem das Beste machen. Welche Gegenstände gibt es denn bei euch beim Aha-Erlernen? Also momentan haben wir uns vor allem mal auf Mathe fixiert. Es soll Deutsch und Englisch auch dazu kommen. Natürlich, es gibt auch Einzelnachhilfe und man kann alles anfragen. Momentan gebe ich zum Beispiel Rechnungswesen. Nachhilfe. Es ist wirklich ganz breit gefächert, weil wir lauter, also ich habe vor allem lauter Leute jetzt schon durchs Reden über das Aha-Erlernen, die alle sagen, wenn du wen brauchst in dem Fach oder in dem Fach, bitte melde dich bei mir. Ich würde sofort was unterrichten für euch. Und das würde mir so einen Spaß machen, weil diese Vorstellung, so mit Leuten zu arbeiten, so vielen so gefällt. Ich habe total viele Lehrer, meine persönlichen Lehrer sogar, die sagen, wenn du da jemanden brauchst, bitte melde dich bei mir. Und ständig lerne ich Leute kennen, die sagen, bitte melde dich, wenn du das brauchst. Also im Endeffekt, wir haben jetzt gesagt, wir haben ja jetzt noch nicht vor so langer Zeit gestartet. Also ein halbes Jahr und wir machen ganz viel an der Website und probieren halt gerade viel eben so Marketing vor allem zu machen und davon zu lernen. Und eben dann ist alles möglich. Also eigentlich jedes Fach. Momentan eben Mathe vor allem, weil wir gesagt haben, wir wollen mal damit beginnen, weil wir uns da am besten auskennen. Und dann ist alles möglich, weil es eben vor allem, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass sie sich selber arbeiten. Es ist nicht dieses, jemand steht vorne und erklärt alles, sondern was kann ich und wie erarbeite ich es mir? Und dadurch werde ich es auch später mir selber erarbeiten können. Ich möchte dazu sagen, dass die Lina alles allein gemacht hat. Sie hat sich beigebracht, wie man eine Website erstellt. Sie macht das alles. Sie hat das Logo, da haben wir schon drüber geredet, aber sie hat das alles selber gemacht. Ja, ich bin am Computer eben gar nicht gut. Das ist nicht meine Stärke. Und sie macht das so toll und so diszipliniert und strukturiert. Das ist wunderbar. Also, Lina, bloß nicht irgendwie die eigenen Fähigkeiten nicht unter den Schäffel stellen oder so. Ich meine, es ist wirklich toll, was ihr gemeinsam auf die Beine gestellt habt und auch, was du machst. Und ich finde es ja auch immer wichtig, dass man jetzt positive Rückmeldungen, Komplimente und so weiter auch gut nehmen kann. Also auch dann zu sagen, hey, ich freue mich drüber, weil es stimmt ja auch. Ich will nur nicht, dass sie sich zu schlechten hat, weil ich bin der Meinung, wir machen trotzdem alles Entscheidende zusammen. Also das ist mir auch wichtig, dass wir alles, was wir entscheiden, darüber reden wir und alles passiert auf gemeinsame Entscheidung. Und es tut mir halt damit leichter zum Beispiel, aber ich finde, dass es trotzdem unsere Entscheidung ist. Okay, dann sprechen wir doch auch gleich über eure Zusammenarbeit. Auch dieses Zusammenarbeiten über Generationen hinweg, das finde ich ja auch super spannend. Ich gehe mal davon aus, dass man sowas nur macht, wenn man erlebt hat bereits und auch den festen Glauben daran hat, dass das nicht mehr funktioniert, sondern auch einen großen Mehrwert bietet. Und dass da was entsteht, was sonst nicht entstehen würde. Jetzt würde mich interessieren, erstens einmal, das ist ja nur meine Meinung, stimmt sie dem zu? Und zweitens, falls ja, woran seht sie denn diesen besonderen Mehrwert, der da entsteht? Also ich muss es ehrlich sagen, mir macht es allgemein meistens mehr Spaß, mit Erwachsenen zu arbeiten. Also ich habe super viele Freunde in meinem Alter, aber zu arbeiten zum Beispiel, da fühle ich mich ernst genommen, da muss ich ehrlich sein. Also ich habe vor allem das Gefühl, dieses gegenseitig voneinander auch sehr fasziniert sein immer wieder von den Erfahrungen, die schon da sind und von denen, also ich weiß nicht, ich habe es schon noch, es ist immer wieder eine Faszination voneinander, habe ich auch das Gefühl. Und eben so verschiedene Blickwinkel vom Leben. Also man sieht so viel anderes auch. Und Sybille, was ist es bei dir? Ich überlasse so vieles gerne auch der Lina, weil sie so vieles kann, was ich einfach auch meine Generation nicht so gut kann und ich speziell wahrscheinlich nicht. Meine Fähigkeiten liegen eher auf dem anderen mehr sprachlich oder auf diesem Gebiet. Und ich kann so viel lernen von ihr. Und ich habe, natürlich habe ich einen großen Vorteil von viel Erfahrung. Ja, ich habe sehr viel Erfahrung. Ich habe viel mit Kindern gearbeitet. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten und mit Jugendlichen zu sein. Überhaupt mit Menschen zu arbeiten, das tue ich einfach sehr gern. Ich denke, es kann was Wunderbares daraus werden. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich Beziehung. Beziehung zu Menschen, ihnen ein Selbstwert, mehr als Wert. Also Wert ist mir zu materiell fast, sondern auch seine Aufgabe zu finden. Ich denke, dass jeder ganz besondere Talente hat und dass es wichtig ist, die eben nicht zu bewerten, sondern eben genau diese Diversität so wunderbar ist, weil es gemeinsam dann ein Bild ergibt. Und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut in vieler Hinsicht, auch inhaltlich. Und ja, es ist immer ein spannendes, neues Bild, sagen wir mal so, das sich zusammensetzt. Ich weiß es auch noch nicht. Wir wissen noch nicht sehr viel. Ja, also wir wissen viel, aber noch nicht so viel über die gemeinsame Arbeit außer Vorbereitungszeit kann ich mir noch nichts sagen. Okay, dann gehen wir doch vielleicht noch einmal zu den, wie soll ich sagen, ganz handfesten Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Lina, du hast dir erzählt, dass ihr, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so erst gestartet habt und das offenbar doch noch relativ neu ist und ihr, wenn ich das richtig gehört habe, auch quasi expandieren wollt, einfach mehr Gegenstände dazunehmen. Und habe ich das richtig verstanden, mehr Leute auch reinholen, die die Eifel anbieten. Genau, also das ist erst lange. Also, wir möchten jetzt mal beginnen, Kurse anzubieten. Das ist unser nächstes Schritt mal. Jetzt haben wir ewig lang an der Website und auch mal, es braucht ja auch lange herauszufinden, was genau will man anbieten, damit es genau das ist. Und genau dieses halbe Jahr haben wir jetzt super genützt und mindestens einmal die Woche wirklich zusammengearbeitet und jeder dann extern noch selber weitergearbeitet und, ja, also ich denke, es startet. Aber wir haben, also zum Beispiel, eben probieren auch soziale Medien recht viel zu machen. Auf Facebook haben wir, glaube ich, mittlerweile schon 400 Follower und probieren da einfach recht viel über diese Dinge mal zu verbreiten. Weil ich, das ist die schwierigste Arbeit, sind wir sehr ehrlich, Leute zu finden, weil, ja. Wie und wo findet denn diese Nachhilfe statt und wie lang dauert sie, wie umfangreich ist? Du erzählst vielleicht ein bisschen auch darüber. Es ist, passt eben nicht. Ja, ja. Es gibt total unterschiedliche Kurse. Also, es gibt Teilskurse, die sind vier Tage hintereinander. Zum Beispiel, jetzt hatten wir was, haben wir, aha, vier heißt das, das sind die vier Grundrechnungsarten bezogen, vor allem auf Textbeispiele für die Volksschule. Und das ist halt, vor allem, das sind drei Stunden am Tag, vier Tage hintereinander. Und es gibt dann auch, es soll langfristig auch an den Wochenenden, immer pro Wochenende quasi vier Stunden, das sind eben dann die älteren, wo man auch so Zehnerblöcke buchen kann, wo man pro Wochenende quasi einen Kurs macht oder dann auch Nachmittagskurse, die bezogen auf ein Thema sind. Und dann zum Beispiel in Ferien eher so Crashkurse, wo wir sagen, eine Woche intensiv, ich nehme jetzt Marte als Beispiel, weil das das ist, was wir gerade am meisten anbieten wollen, wo wir halt sagen, okay, die wichtigsten Thema über alle mal einen Überblick, damit ich es leicht habe, wieder in die Schule einzusteigen. Wenn ich wieder erinnere, was habe ich überhaupt gelernt, dass es der Sinn und auch dann Einzelnachhilfe, die jederzeit möglich ist, die ist aber auch online möglich. Also, da gibt es beide Möglichkeiten und genau das eben wird jetzt auch schon angeboten. Also, eben durch dieses, dass wir das probieren zu verbreiten, habe ich jetzt eben auch schon einen Nachhilfeschüler, beziehungsweise mehrere Nachhilfeschüler bekommen. Ein Thema, was mir wichtig ist, ich habe Achtsamkeit studiert, das kann man inzwischen studieren, es gibt ein Masterstudium und ich finde das, also ich meine, ich habe ja natürlich ständig Ausbildungen gemacht in den letzten zig Jahren, weil es so interessant ist und weil ich selber so viel dabei lerne und besonders bei der Achtsamkeit, nämlich die liebevolle Selbstfürsorge, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Und ich möchte eben natürlich solche Achtsamkeitsübungen einbringen, weil ich zum Beispiel auch erlebe an dieser Brennpunktschule, wenn die Kinder Bauchweh haben und Kopfweh und die Lehrerin sagt, bitte ruf die Mutter an, dass sie ihn abholt oder das Kind abholt und ich dann mit dem Kind eine Viertelstunde mich beschäftigen, mit ihm spreche und vielleicht auch Methoden aus der energetischen Psychologie anwende, sind die Kopf- und Bauchschmerzen weg und die Mutter muss nicht kommen, weil es bringt ja nichts. Die Mutter muss arbeiten, das Kind sitzt allein zu Hause und die Ängste, die es hat und die diese Bauch- und Kopfweh verursachen, die gehen nicht weg, im Gegenteil. Und das muss man einfach lösen und das möchte ich mit Kindern tun. Die haben ja sehr hoch psychosomatische Probleme und das halte ich für ganz wichtig, dass sie überhaupt einmal offen sind und bereit sind, frei von Stress überhaupt zu lernen. Wir wissen ja alle, wenn wir sehr gestresst sind, geht nichts ins Hirn, weil wir nicht wirklich denken können. Das heißt, ihr arbeitet jetzt eigentlich auf sehr vielen Ebenen und schaut es auch wirklich den ganzen Menschen an und jetzt nicht diesen Blick darauf, okay, da ist jetzt ein Kind, das hat ein sogenanntes Defizit in Mathe oder sonst was, sondern weiß der Mensch eigentlich schon alles, was kann er oder sie und wie kann man dem Menschen, dem Kind, dem Jugendlichen auch am besten begegnen. Und Herzensbildung. Herzensbildung ist ein altmodischer Begriff, aber ich liebe den sehr. Ja, der ist schön an und für sich. Die Frage nach dem Ort ist noch ein bisschen offen geblieben. Wo finden die Aha-Erlebnisse statt? Ja, wir haben, einerseits haben wir jetzt überlegt, auch bei der Sibylle in der Wohnung, mal für den Anfang. Und dann auch das Wiemarkt, das ist um die Ecke im dritten Bezirk in der Trauengasse gibt es das Werner International Music and Arts Center. Das sind zwei junge russische Schwestern, die wunderbare Musikerinnen sind, die mehrere Räume haben und sich freuen, wenn wir uns dort einmieten. Ja, und sonst weiteres würden wir einfach schauen, wo es auch einfach passt. Wenn es mal Ortwünsche gibt, dann sind wir dafür natürlich auch immer offen. Was auf uns zukommt. Ja, und wir wollen natürlich auch sozial sein und auch Kinder dazunehmen. Also es kostet schon was bei uns, jetzt nicht allzu viel, weil es einfach leider, weil wir es beide brauchen. Aber wir wollen auch Kindern die Möglichkeit geben, die das nicht finanzieren können. Ja. Dann sprechen wir über den Aspekt doch auch ein bisschen. Lina, du hast eh schon erwähnt, dass ihr eben auch dann gesagt habt, ja, vielleicht kann man ja da auch ein Business quasi draus machen oder so. Und du bist ja auch an einer Haag. Ja, also ich bin schon auch der Meinung, dass man für das, was man macht, also es klingt jetzt vielleicht arg, aber ich finde, man kann auch Geld dafür verlangen, wenn man was Tolles anbietet. Und wenn, vor allem wenn wir Menschen helfen, ich selber habe halt zum Beispiel urviel zu tun immer, was wahrscheinlich rausgehört. Und wenn ich dann sowas mache, dann bin ich auch der Meinung, dass so viel Energie wir da reinstecken, wir auch was dafür kriegen können und es auch okay ist, damit Geld zu verdienen. Und wir trotzdem im Vergleich zu anderen Nachhilfeunternehmen zum Beispiel noch viel billiger sind. Und eben auch von den Erfahrungen her, die ich gemacht habe, denke ich mir, dass wir damit sowas Tolles schaffen könnten. Und unser Ziel ist es auch auf jeden Fall trotzdem, Brutzrabatte zu machen, wenn du jemanden dazuholst, immer wieder Sales zu machen, Geschwisterrabatte und was auch immer. Also das ist uns schon sehr wichtig. Aber uns ist es auch einfach wichtig, damit Geld zu verdienen. Und ich bin auch der Meinung, dass das okay ist, weil es gibt super viele Nachhilfeunternehmen und wir machen halt was noch genialeres. Und die Leute verstehen es besser. Also warum sollte man nichts dafür zahlen? Ich glaube, das muss man auch gar nicht rechtfertigen oder so. Ich wollte eigentlich so in die Richtung gehen, nachdem du ja selber auch an einer Hack bist. Also so auch ein bisschen zu sagen, okay, wie schaut euer Businessmodell aus und welche wirtschaftlichen Überlegungen hast du quasi dazu, dass du da vielleicht auch ein bisschen erzählst. Also so dein eigenes an der Schule erworbenes Wissen auch erzählst, wie du es in der Praxis anfängst. Man lernt schon was in der Hack. Marketingmäßige habe ich einfach meine eigenen Vorstellungen. Natürlich, da habe ich mich eher selber damit beschäftigt, teils was wirkt auf Menschen wie. Natürlich habe ich dann Sachen auch gelernt, was man für Rabatte am besten einsetzt, wie eine Wettzeit, was es für Werbungen gibt und so habe ich mich natürlich, ich glaube es in der Schule auch zu lernen. Unser Ziel ist es schon auch, ein Unternehmen darauf zu gründen. Also vor allem mein Ziel, ich nehme an, dass das eins auch ist. Und das zum Beispiel, was es für Unternehmensformen gibt, habe ich auch in der Schule gelernt. Und darauf bin ich auch dann zu dem Entschluss gekommen, eigentlich, dass mich Steuer, also Buchhaltung interessiert mich einfach sehr. Und für mich war eine Zeit lang, habe ich Buchungssätze von einer Doppelbuchhaltung einfach in meiner Pause halt ein paar gemacht. Das hat mich total entspannt, was vielleicht dann so klingt. Und nein, ich habe dann, also leider war das Vormittan mache ich eben, jetzt bin ich wahnsinnig froh über meinen Nachhilfschüler, weil eben mit Buchhaltung, mit doppelter Buchhaltung auch gerade das Thema bei ihm ist. Und mir das wahnsinnig Spaß macht. Blöderweise ist es in der Schule, also ich mag meine Schule wirklich gerne, das möchte ich vorhinein sagen. Es gibt einfach Situationen, wo du nicht gut vorarbeiten darfst, weil, wie soll ich sagen, dann Drohungen kommen, dass man das eben nicht machen darf. Das habe ich nicht verstanden, was heißt das? In der Buchhaltung habe ich, also habe ich einfach sehr gerne vorgearbeitet oder vorgelesen. Und viele Lehrer haben dann halt was dagegen, weil sie Angst haben, glaube ich, dass man es erstens nicht mehr mitkriegt und auch nicht mitarbeiten könnte, er kann. Und das ist allgemein okay, es ist halt dann langfristig, irgendwann verliert man halt die Lust daran, wenn man sich dreimal das Gleiche hat und es eh schon kann. Sie durfte nicht vorausarbeiten, ich kenne das aus der Schule, weil man darf doch Kinder nicht einbremsen, finde ich. Ja, die wollen freiwillig weiter tun und sie hat der Lehrer gesagt, das geht nicht. Ich meine, so, da hast du... Weiß ich nicht, ob ihr es vorher gesehen habt, aber ich war irgendwie so, das gibt es echt, weil man dachte, vielleicht habe ich den Begriff vorarbeiten falsch verstanden oder so. Nein. Ich habe auch gemerkt, ich habe so die Luft angehalten, weil ich es nicht glauben konnte. Man darf nicht vorarbeiten, okay. Ich habe viel vor allem im ersten Jahr gelernt in der Hack, was ich jetzt auch anwenden kann, eben zum Beispiel, dass ich schon überlegt habe, wie könnten wir das am besten als Unternehmen gründen und was für eine Buchhaltung man dann machen muss und solche rechtlichen Dinge, die ich halt extrem interessant finde. Und im zweiten Jahr zum Beispiel war das mit dem Lockdown nochmal mehr. Und da haben alle so einen Stress gekriegt, dass wir teils acht Stunden am Stück Videokonferenzen hatten. Und ich weiß vom zweiten Jahr die Hälfte nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe dann irgendwann begonnen, halt probiert, selber zu lernen. Aber es war so ein Druck und die Lehrer haben probiert, allen Stoff zu machen. Man wird sonst nie fertig mit den Büchern. Plötzlich sind wir mit allen fertig geworden. Ja. Und ich kenne einfach viele, die deswegen die Schule dann abgebrochen haben. Und das ist einfach sehr schade. Und eben auch aus dieser Not heraus, dass ich so viel gemerkt habe. Ich habe auch urviel Videokonferenzen. Also ich habe wöchentlich mit Teilschülern aus der Klasse, die schon gesagt haben, können wir bitte fix was durchmachen wöchentlich, damit ich noch mitkomme. Wöchentlich Nachhilfe gegeben in allen Fächern durch die Bahn durch. Und dann oft drei zugleich in der Videokonferenz und vor Tests sowieso immer durchgegangen alles. Und ja, also eben nicht ganz... Die Idee ist schon auch im Zusammenhang mit den speziellen Herausforderungen, die sich durch Corona ergeben haben, entstanden, nehme ich mal an. Ja, voll. Und dass ich eben gemerkt habe, wie viel Potenzial, also natürlich unternehmerisches Potenzial da in dieser Idee steckt. Und aber auch, wie viel Not es in dem Ganzen gibt. Und wie viel das notwendig ist. Und auch, ich glaube auch mit meiner eigenen Not, dass ich einfach mit dem Schulsystem so schlecht zurechtkomme. Ich habe halt das andere Problem. Mir fällt es viel zu leicht. Ich sitze da und langweile mich. Und das ist genauso schrecklich. Also ich muss ehrlich sein, natürlich denken sich dann andere, was redet sie denn jetzt? Weil kann doch nicht schrecklich sein. Aber da zu sitzen und das Gefühl haben, nichts zu tun, obwohl man genau weiß, was man tun will, ist halt auch nicht so angenehm. Lina, was mich da sehr interessieren würde, also du tust es schwer mit dem Schulsystem. Und da denken jetzt viele Leute vielleicht, okay, ja, sowas sagen immer Menschen, die auch schlecht in der Schule sind. Jetzt bist du auf der anderen Seite eine, du kannst ja gar nicht genug lernen und machen und tun. Du studierst nebenbei, du arbeitest nebenbei und so. Also bestimmt bist du niemand, die jetzt irgendwie einfach sich da nicht reinhängen will oder sonst was. Was ist denn deiner Einschätzung nach da in dem Schulsystem das Schwierige? Was macht es dir schwierig oder langweilig? Und hättest du Ideen, wie das anders sein könnte? Ich habe viele Ideen. Wieso habe ich mir das fast gedacht? Ich glaube, es ist wirklich, also was mir so vor den Kopf gegangen ist, wo du gerade gesagt hast, was das größte Problem ist. Wir sind alle individuell. Wir haben alle andere Interessen. Wir sind alle andersweit. Und ich denke, das ist das größte Problem, dass darauf einfach kaum Rücksicht genommen wird. Und ich habe selbst probiert, eben in der jetzigen Schule eine neue Unterrichtsform einzuführen, wo ich sage, der Unterricht mit den Stunden bleibt gleich. Aber es gibt mehr Projektarbeit und man hat für die Woche, kann man sich selbst entscheiden, wann man was tut. Und muss sich quasi selbst strukturieren. Und ich denke, genau das wirkliche Problem ist, dass wir viele Dinge nicht lernen, die wir brauchen. Also das Lustigste war für mich nach der Alternativschule, wo es darum ging, Selbstmeinungen zu bilden, alles aus selbst herauszumachen. Und wenn ich es nicht machen wollte, habe ich es halt nicht gemacht. Beziehungsweise sowas auch nicht. Aber da ist sehr viel aus eigener Energie raus. Und niemand, der hinter dir steht und sagt, du musst das jetzt machen, sonst hast du ein Problem so in die Richtung, da haben wir eine Erörterung schreiben müssen, wo man eben Argumente finden muss für und dagegen. Und dann haben sie uns die Handys davor abgenommen. Und wir hatten Wörterbücher zur Verfügung. Und ich habe mir gedacht, was soll ich tun mit meinem Handy, wenn ich eine Erörterung schreiben muss und eh ein Wörterbuch habe? Was soll ich googeln? Irgendwann habe ich mir wirklich gedacht, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Und habe sie halt gefragt, nicht, weil ich vorhatte zu schummeln, weil was soll ich schummeln? Ich kenne das Thema nicht, gar nicht. Ich kenne, naja, es gibt Leute, die die Argumente googeln. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann es sein, dass ich so, also dass in Deutsch mein größtes Problem ist, Argumente zu finden für das Thema, was ich schreiben muss. Ich meine, das ist einfach ein Problem für mich, wo ich mir denke, es kann doch nicht wirklich sein, dass sie die Handys wegnehmen, weil man das Problem hat, nicht zu wissen, über was man schreiben soll. Wenn man sogar so viele Vorlagen hat. Und da habe ich mir echt gedacht, das war für mich so ein Moment, wo mir quasi bewusst geworden ist, wie verrückt das ist. Und ich denke einfach, dass es mehr ein Partnersystem als ein Lehrersystem war. Wenn man sich das überlegt, wir haben über Staatsformen gelernt in der Schule. Was wäre die Schule für eine Staatsform? Was, wenn man darüber nachdenkt, natürlich grenzt es mit gewissen, mit den ganzen Schülervertretungen und so, auch in einer Demokratie. Aber wenn man sich es genauer anschaut, was ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis? Und dann ist es schon fraglich, wo ich mir denke, Lehrer sollten noch Coaches sein. Ich meine, wir sind in der Klasse, zum Beispiel eine Klasse, die wirklich sehr motiviert ist. Wir wollen alle das lernen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und wir hatten im ersten Jahr, glaube ich, einen Durchschnitt von 1,8 in der Klasse. Also wir sind wirklich extrem gut. Und trotzdem ist es so, dass wir, also ich habe das Gefühl, wir wollen das und lernen. Und es sollte doch mehr sein, dass die Lehrer unsere Coaches sind, als die sind, die uns abprüfen. Und ich meine, als Lehrer möchte ich doch, dass meine Schüler das lernen. Ich möchte doch nicht böse zu denen sein. Und ich finde, das sollte mehr, die Lehrer sollten eine andere Position einnehmen in dem ganzen System. Weil ich denke einfach, dass mittlerweile diese Position der Lehrer, wie sie ausgenutzt wird, fehl am Platz ist. Und ich bin voll für unterstützende Coaches. Und das ist urwichtig. Aber ich denke auch nicht, dass das für alle steht. Das muss ich auch gleich sagen. Ich denke, wie gesagt, es wird welche geben, die am liebsten da sitzen und am besten haben, wenn es jemand vor ihnen erklärt und vor ihnen sitzt und ihnen einfach alles erklärt. Aber das passt nicht für alle. Und vor allem dieses Testsystem. Also ist es wirklich gut, dass jemand, der eigentlich mit uns das lernen soll, uns dann auch abprüfen muss. Der kann doch gar nicht mit uns auf einer Ebene sein, wenn er uns danach auch noch beurteilen muss. Und ich glaube, das sind ein paar Punkte, die ich, vor allem Freunde, die dann in skandinavischen Ländern ein Auslandsjahr gemacht haben und dort in der Schule waren, die zurückgekommen sind und die davor auch nur Einzerschüler waren, die total fasziniert waren und waren, ich weiß nicht, wie ich diese Schule hier noch aushalten soll. Wieso verändern wir nichts? Was sagt denn die erfahrende Pädagogin zu diesem Argument? Also wenn wir wissen, dass ganz wichtig ist für die Zukunft, die 4Ks, hast du sicher schon gehört, Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken, erlebe ich wenig, dass das in der Schule Schwerpunkt ist. Im Gegenteil, es schmerzt mich wahnsinnig, dass ich sehe, dass diese Kinder, die jetzt unter Lockdown leiden und nicht Deutsch als Muttersprache haben, dass da ständig der Fokus nur auf dem Defizit ist. Nur, sie müssen Mathematik machen, sie gehen nicht mehr turnen, sie singen nicht, sie malen nicht, alles fällt, es werden ständig getestet, vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Ich meine, das ist absurd, was will man feststellen, außer dass sie sich nicht verbessert haben. Es ist ein, und ich denke, dass diese Kinder, ich erlebe diese Kinder als so herz, so sozial so begabt, so unglaublich herzlich, warmherzig. Und ich habe schon den Eindruck, dass sie sehr leiden. Also es tut mir richtig weh, zu sehen, wie die ständig am Defizit herumeiern müssen. Und zu dem, was sie vielleicht noch gar nicht kennen, was sie können, gar nicht kommen. Sie können es ja gar nicht entdecken, wo denn und wann. Die sind ständig, müssen sie nur ihr Hirn anstrengen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Vor allem nicht unter den Bedingungen, das Hirn funktioniert ja, braucht ja auch bestimmte Bedingungen, um gut zu funktionieren. Nämlich beide Gehirnhälften zu verbinden. Das heißt, Kreativität und analytisches und synthetisches Denken zusammenzubringen. Und ich bin musisch, ich bin sehr musikalisch. Es wird mit den Kindern viel zu wenig in der Hinsicht getan. Und vor allem Bewegung. Ich erlebe, wie die Kinder wahnsinnig zugenommen haben. Ganz viele, einige haben auch total abgenommen. Also es gestört sind. Es tut mir richtig weh, das zu sehen. Und irgendwas, ich weiß auch nicht genau, wie ich anfangen kann. Aber das ist vielleicht eine Möglichkeit, zu beginnen. Irgendwo. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Also vielleicht gelingt es, dass irgendwo, wo ein Same hinfällt, und aufgehen. Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Bild. Weil ich denke mir immer, wenn Menschen einmal erlebt haben, wie es anders auch gehen kann und was möglich ist und was auch in ihnen selbst drin und steckt, dann vergessen sie das nie wieder und dann tragen sie das in irgendeiner Form und meistens auch in vielen Formen in die Welt hinaus. Ich möchte mich jetzt ein bisschen outen bei euch. Ich habe nämlich, das ist ewig lang schon her, aber ich habe, wie ich noch in die Schule gegangen bin und studiert habe, auch sehr, sehr viel Nachhilfe gegeben. Und das war irgendwie ganz eigenartig, weil ich bin an und für sich ein Mensch, ich mache Dinge gern sehr gründlich oder mache sie nur dann, wenn ich, ich weiß nicht, eine Ausbildung dazu gemacht habe und so weiter und so fort. Aber beim Nachhilfegeben, das war irgendwie mit, ich glaube, 14 oder so sonnenklaren, das mache ich einfach. Und ich habe total dieses Selbstvertrauen gehabt, das weiß ich einfach, wie das geht und das funktioniert. und mir ist das erst so im Nachhinein klar geworden, dass ich im Grunde genommen eigentlich damals schon die Schüler und Schülerinnen auch gecoacht habe, weil ich habe ihnen nie erzählt, wie es geht, sondern ich habe sie eigentlich mit Fragen immer hingeführt zu dem, dass sie es eh wissen oder selber draufkommen. Und dieser Wechsel, der da stattgefunden hat, wie die, also so quasi so klein bei der Tür reingekommen, ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin ganz dumm und es geht wahrscheinlich furchtbar aus, ja, hin zu dem, hey, das macht ja eigentlich Spaß und ich weiß eh was, ich bin ja gar nicht so schlecht und so, ja. Das war so wunderschön damals schon für mich. Und ich habe dann so in diesen großen Reflexionsschleifen, die man dann, wenn man ein paar Jahrzehnte schon einmal getankt hat, quasi auch machen kann, auch gemerkt, dass das, weil ich dann eben auch sehr lange als Coach gearbeitet habe, Coaching-Ausbildung gemacht habe und so, dass das für mich damals eigentlich schon so wie eine Vorstufe auch war. Und auch da, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das anders zu machen oder es so zu machen, wie es eigentlich in der Schule vorgelebt wurde, also da steht jemand voran, der alles weiß und so, sondern eben dieses Eingehen auf die eine Person und was braucht die gerade und wie ist der Zugang dazu, das Verständnis dazu und so, das habe ich extrem spannend auch gefunden. Also ihr lauftet bei mir ganz, ganz offene Türen ein. Freude auch, es muss Freude machen, wir wissen, dass das Hirn die Freude braucht, damit es gelernt werden kann und behalten werden kann. Also ich habe da jetzt auch noch ein Beispiel, ich war jahrelang Liga-Szenikerin und habe kaum einen geraden Satz schreiben können und dann war ich in der Alternativschule und habe drei Jahre beschlossen, so, es ist mir egal und ich schreibe das, was mir Spaß macht und habe begonnen auch Lieder zu schreiben und bin total in ein anderes Geschehen da mitgekommen und dann habe ich meine jetzige Deutschlehrerin, die ist einfach ein Traum. Also ich muss es jetzt ehrlich sagen, sie ist so toll und sie weiß genau, welche Texte wir halt können müssen und das macht sie mit uns durch und sagt uns ganz klar, was wir da machen müssen und was wir können müssen und macht aber auch mit uns einfach Alternativen dazu und macht es so verspielt und es ist wirklich so, du hast das Gefühl, du machst das auch einfach für sie und dadurch habe ich, also jetzt habe ich gar kein Problem mehr, ich habe null Rechtschreibfehler bei Texten und das ist einfach, also das ist so schön, einfach mit Menschen zu arbeiten, die halt wirklich das verstehen, als Coach da zu sein und genau das ist sie und das ist ganz anders, also zum ersten Mal mag ich Deutsch und denke mir, ich kann das weiter beibringen und ich habe letztes Jahr zum Beispiel zwei Geschwistern geholfen, die in der Volksschule zwar noch waren, aber die Exxonistenprüfungen zu machen und die haben das Jahr aber nicht so viel gemacht und haben dann aber wirklich es locker geschafft beide und das war so ein schönes Erlebnis, wieder Leute da denen zu helfen und die einfach total noch verspielt mit dem ganzen Thema waren und das auch einfach ganz anders wahrgenommen haben und dieses Verspielte mit den Themen, weil gewisse Dinge werde ich nie da brauchen, wann schreibe ich eine Erörterung in meinem Leben. Es wäre viel wichtiger zu wissen, wie drücke ich mich aus, wie drücke ich meine Argumente aus und wie komme ich zu meinen Argumenten, wieso habe ich Meinungen darüber und ich glaube, genau das macht sie halt auch mit uns sehr viel und das finde ich halt wirklich toll, weil ich hatte das in Deutsch nie davor und ich habe mir die Wortarten, bis ich diese Deutschlehrerin habe, seit zwei Jahren, ich habe in der Volksschule jedes Jahr durchgemacht, ich wusste sie bis vor zwei Jahren nicht. Ich wusste sie einfach nicht. Das hat mich nie entgegelt und ich wusste nicht, wofür ich lernen soll. Und jetzt weiß ich sie genau, weil sie sich mir so beigebracht hat, dass ich auch mal war so, okay, ich mache es für sie auch und es war eine andere Motivation. Es kam einfach von innen die Motivation, anders. Und ich denke, man kann niemanden, der in der Schule sitzt, so lange bespaßen, dass er irgendwann motiviert wird. Das wird er nicht. Entweder es kommt von selber oder es ist einfach nicht am Platz. Du hast jetzt auch etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass du es auch für deine Lehrerin machst. Und das finde ich total spannend, weil ich meine, auf der einen Seite sollte man ja meinen, man lernt in erster Linie eigentlich für das eigene Leben. Und das, was du jetzt gesagt hast, zeigt dir aber auch diese Freude am gemeinsamen Tun. Und ich glaube, Sibylle, du hast das vorher schon erwähnt, dass es auch so auf die Beziehung ankommt. Und ich denke mir, das, was du, Lina, da gerade beschreibst, ist ja auch da, da ist Beziehung da. Und wenn Beziehung da ist und man gemeinsam einfach etwas tut, das beiden Freude macht, dann ist das eine ganz, ganz andere Ebene. Und gerade kleine Kinder lieben ja ihre Lehrer, außer die sind ganz abscheulich. Aber sie lieben sie, machen Zeichnungen. Und ich weiß nicht was, das ist ja so rührend. Und das kann man doch nicht missbrauchen irgendwie. Also indem man das Kind irgendwie unterdrückt. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz schöne Samen, die ihr da aussät in der Welt. Und ich bin überzeugt davon, sie werden in ganz vielfältiger Art und Weise aufgehen. Lina, du hast jetzt schon ein paar Mal die Alternativschule erwähnt, in der du warst. Und vielleicht für alle Leute, die damit nicht so vertraut sind, kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie es dort zugegangen ist. Es war eigentlich keine Alternativschule. Man muss sagen, es war ein alternatives Lernprojekt. Ich habe einmal im Jahr Extremistenprüfungen gemacht für drei Jahre lang und habe mich das Jahr über quasi auf diese Prüfung vorbereitet mit anderen Menschen in einer Gruppe. Wir hatten jeden Tag, das ging jetzt uhrlang, war es aber nicht, bis 17 Uhr Schule. Außer am Freitag hatten wir gar keine Schule. Und das war einfach, es war aber nicht schlimm, also vor allem im ersten Jahr bin ich mit meinem besten Freund, der hat damals neben mir gewohnt und wir sind jeden Tag um sechs Uhr aufgestanden, waren Laufen zusammen, da waren wir elf, zwölf Jahre alt und sind dann in die Schule gefahren und die hat erst um neun Uhr begonnen, aber wir waren um halb acht dort und wollten schon beginnen zu lernen und haben unsere Projekte gemacht. Und das Spezielle war eben in den Gruppenarbeiten. Wir haben alles in Gruppen gearbeitet und haben immer Überblicke über die Themen und dann genauer reingearbeitet, wenn es uns auch interessiert hat. Und wir haben, was die Sibylle auch schon erwähnt hat, Schaubildarbeit gemacht. Das werden die meisten nicht so kennen, da sind einfach, es ist ganz leicht zu erklären. In der Gruppe, du erarbeitest dir ein Thema und überlegst dir eine Geschichte zu dem Thema. Und diese Geschichte baust du dann so auf, dass du das auf ein Plakat zeichnest, ein Flipchart-Plakat und du präsentierst es. Und die Idee ist dann, dass quasi die nächste Gruppe diese Präsentation überarbeitet. Das ist nicht wirklich oft passiert, aber wir haben halt immer selbst erarbeitet. Es war eben auch der Anfang, es waren die ersten drei Jahre, wo ich dort war. Das wurde erst gegründet. Ich denke, es ist vor allem, wir haben auch selber gekocht, selbst geputzt. Ich habe mit elf Jahren eine Gruppe mit drei, vier Leuten geleitet und wir haben für 50 Leute gekocht am Vormittag und haben zusätzlich gelernt. Und das hat super funktioniert. Gar kein Problem. Und da waren viele, also da war sogar einer der beiden, der war noch in der Kindergruppe. Das war wirklich total generationenübergreifend. Und das hat super funktioniert. Und natürlich ist das nicht für jeden was, weil du dich sehr selbst organisieren musst. Aber ich denke einfach, dass es für viele zum Entwickeln wahnsinnig toll ist. Ich glaube halt auch, dass man von klein auf etwas anderes gewöhnt sein muss, weil es sehr schwierig ist, wenn man eine normale Schule besucht hat, sich überhaupt vorstellen zu können, wie es anders geht und das überhaupt zu verstehen, dass es natürlich, wie du schon gesagt hast, wir lernen es für uns selber. Aber kein Kind oder die Ausnahmen, wirklich von den Ausnahmen, sitzt in der Schule, um es für sich selbst zu lernen. Maximal ab der Oberstufe. Unterstufe und Volksschule kann man das vergessen. Daran denken sie nicht. Vielleicht noch erste Volksschule, wo sie sich denken, oh cool, ich will das lernen. Aber das ist nicht so. Man kann sich es einreden, man macht es für sich selber. Es ist nicht so. Man hat eine Schulpflicht zu erfüllen und man macht es, weil es jeder macht. Es ist aber nicht so, es ist im seltenen Fall, dass man darauf kommt, okay, ich mache es für mich selber. Und das war in dieser Punkt in der Alternativschule, dass ich zum ersten Mal gesagt habe, ihr müsst das nicht machen. Es ist eure Entscheidung. Ihr macht es für euch selber. Ja, ihr habt diese Prüfung, aber was ihr daraus macht, ist eure Geschichte. Und ja, so ist es einfach auch abgelaufen. Und zum Beispiel eben als Beispiel jetzt vielleicht um Schaubild ein bisschen zu verstehen. Wir haben über Gleichungen, haben wir zum Beispiel uns überlegt, naja, man könnte auch eine Waage machen. Um zu verstehen, eine Gleichung hat beide Seiten gleich. Das heißt, wir haben Zahlen gezeichnet. Da sind die urschönen Bilder entstanden. Und eben eine Waage, wo man, das eine war ein Eislaufplatz, da dürfen sie sich runterrutschen. Das andere war ein Swimmingpool, da dürfen sie sich rausfliegen. Und wie man das vielleicht auch schon mitbekommen hat, ich weiß jedes Schaubild noch, was ich gemacht habe. Ich könnte jedes noch aufzeichnen. Du hast ja auch ganz am Anfang erwähnt, dass du es so wichtig findest, dass man nicht nur dieses Lernen für die nächste Prüfung macht und es dann wieder vergisst, sondern eben wirklich auch lange Zeit behalten kann. Und ich denke, das, was du gerade erzählt hast, ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, dass offenbar du in diesem, okay, wie funktioniert das, wie verstehe ich das, was ist eine Gleichung, eigentlich auch in deinem Gehirn und deinem ganzen Systembilder entstehen lassen hast, die dieses Wissen so gut so wie in einer Kapsel tun, dass du es viele Jahre später auch noch abrufen kannst, über dieses Feeling, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich denke aber nicht, dass es nur über diese Schaubildarbeits geht. Ich bin der Meinung, wenn einen etwas begeistert, dann kann man das über vieles verschiedener machen. Ich habe gemerkt, dass ich vor allem, dadurch sehe ich es auch sehr leicht in der Schule, weil ich mir immer Überblicke zusammenschreibe. Ich gebe Sachen durch und schreibe mir Überblicke und zeichne mir Dinge vor. Und es beginnt einfach mit dem, dass du, wenn du es einmal so erlebst, dann machst du mehr draus in deinem Leben. Und es wird immer wieder passieren. Also zum Beispiel haben wir dort auch eine Couch gehabt und ich kann, es war halt dort immer laut auch, weil halt kleine Kinder auch dort waren. Es gab nur ein paar stille Räume. Es war halt ein sehr großer Raum auch in einem und es war eben auch die Volksschule dabei. Und ich zum Beispiel, ich liebe es, in der Lautstärke zu lernen. Ich kann mich am besten konzentrieren, wenn es super laut um mich herum ist. Das klingt total absurd, aber ich höre auch immer Musik oder schaue fern, während ich lerne. Anders ist es mir zu leise und ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und zum Beispiel habe ich dort eben auch, es gab eine Sofa-Bank und wir haben auch oft dort gelernt. Und ich merke jetzt, wir haben in der Arbeit eine Sofa-Bank. Und ich sitze am liebsten auf der Sofa-Bank und arbeite dort. Ich habe meinen Arbeitslaptop und ich liebe das, weil es einfach, ich kann mich am besten konzentrieren. Und andere sagen, du könntest dich dort nie konzentrieren. Aber ich kann mich auf gewisse Arten ganz anders konzentrieren, weil ich es einfach anders auch gelernt habe. Und ich kann mich dann manchmal, zum Beispiel bei Tests kann ich mich auch, es geht, konzentrieren, aber immer wieder ist es mir zu leise, wo ich dann wirklich bin. Es ist so leise und ich merke auch ganz massiv, wie man das mitkriegt während Tests, was für Ängste die anderen Menschen haben. Du sitzt da und merkst, wie alle anderen panisch werden und das spürt man ja. Und egal, ob das dann, ich hatte einmal einen Mathe-Test, wo ich ein komplettes Blackout hatte und ich wusste nicht, warum. Ich konnte alles. Und ich habe dann, nach zehn Minuten, habe ich endlich zu schreiben begonnen, da hatte ich dann nur noch zehn Minuten, das ging sich eh alles aus, aber richtig gemerkt, was ist los? Und dann habe ich mir, es sind alle panisch um mich herum. Es war, glaube ich, vier waren positiv aus der Klasse oder so, also eine Katastrophe der Test. Aber es ist halt, ich glaube, dass es eben auch ganz viel darum geht. Dieses, ich habe es ja nur für den Test gelernt und dann bin ich panisch, weil vielleicht fällt mir was nicht ein. Aber in Wirklichkeit, wenn ich ein Grundwissen dazu habe, dann bin ich ja gefestigt in dem Ganzen und habe diese Panik-Sachen gar nicht mehr, weil ich ja weiß, ich kann immer darauf zurückgreifen. Ich weiß es ja eigentlich und ich habe einen Überblick. Und für diesen Überblick kann ich mir dann alles herleiten. Und es geht vor allem mir darum, unseren Schülern dann auch zu vermitteln, hey, ihr habt ja das Grundwissen. Egal, was da für ein Lehrer ist, soll er noch so schrecklich sein. Ihr wisst das. Also zeigt ihm das. Und ihr wisst es einfach und ihr habt diesen Überblick. Ihr müsst keine Angst haben, weil was soll euch passieren? Bis auf, dass ihr einen Backout habt, dann habt ihr, also dann hat ihr die bis jetzt auch. Also da kann man daraus arbeiten. So wie du das beschreibst, ja der Überblick und so weiter, ich denke mir, das zeigt ja auch alles, dass wenn man es wirklich verstanden hat, wenn diese Aha-Momente da waren, dann gibt es immer was, auf dem man aufbauen kann. Und also für mich hat da jetzt auch sehr viel Vertrauen gesprochen aus dem, was du gesagt hast. Also dass diese Art zu lernen, dieses wirkliche Verstehen, sich wirklich darauf einlassen, eigene Bilder entstehen lassen, für dich ist es der Lärm, für andere wäre das nicht, aber auch herausfinden, was ist es für mich. Dass da es dann wirklich so eine solide Grundlage schafft, auf der man wirklich da noch gut stehen kann. Und wenn das eine gerade nicht da ist, also so wie ein Baum, der sich verzweigt, ist mir jetzt eingefallen, wenn ich gerade bei dem einen Ast nicht hochklettern kann, gibt es einen anderen und dann geht es schon wieder, also wenn ich einen Blackout habe oder so. Lina, jetzt hast du ja vorher so viele interessante Dinge erzählt. Ich glaube, ich jetzt noch in jedem Future Talk gesagt habe, ich wiederhole mich da, aber es ist für mich irgendwie absolut faszinierend. Ihr jungen Leute, wie viele Stunden hat euer Tag, bitte? Also ich meine, die HAK ist ja auch, wie soll ich sagen, du kannst ja jetzt nicht aussuchen, wie viele Stunden du dort bist. Das ist ja auch. Okay. Dann hast du gesagt, 15 Stunden arbeitest du, glaube ich. Ja. studierst du? Studium habe ich jetzt, aber das muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt für ein Jahr habe ich beschlossen, das nicht zu machen oder auf jeden Fall mal ein Semester, weil ich jetzt mit dem Führerschein begonnen habe. Hilfe! Und ich auch nächstes, weil ich mir einen Teil unserer Wohnung herrichten möchte und auch quasi in einen separaten Teil ziehen möchte und dadurch quasi mein eigenes dann so in etwa haben würde und dadurch mir auch gesagt habe, ich nehme mehr Zeit dafür. Es ist zwar die gleiche Wohnung, aber trotzdem kann ich die Miete selber zahlen und mal Selbstverantwortung mehr übernehmen, was mir sehr wichtig ist. Also ich will ja nicht weg von meiner Familie, ich liebe meine Familie. Jetzt bei der Aufzählung habe ich das Aha-Lernen gar nicht erwähnt, was ja auch nicht zu wenig ist, weil du ja nicht nur das Unternehmen aufbaust, sondern ja auch selbst unterrichtest und begleitest und so. So wie ich dich jetzt einschätze, bist du ja jetzt auch nicht die, die, wie soll ich sagen, sonst keine Interessen oder Hobbys hat oder Freunde hat oder sonst was? Also ich mache sehr viel Sport, weil ich trainiere jeden Tag eine Stunde. Ich habe jetzt leider eine Verlustung, aber ich habe davor 13 Stunden die Woche trainiert, Fußball. Also ich habe wirklich sehr viel Fußball gesehen. Lela! Unheimlich, oder? Ja, schon langsam. Jetzt für ein bisschen Ausnahme. Also meine Freunde sind nicht so und ich habe sehr viele Freunde. Aber ich habe auch, ich muss dazu sagen, es funktioniert auch nur so gut, weil ich wirklich so gute Freunde habe, die dann so Sachen machen, wie mich von der Arbeit abholen, mit mir essen gehen und nach Hause bringen oder so, um mich zu sehen. Also ich habe wirklich super tolle Freunde und alle Freunde, die sind total begeistert auch von dem Projekt und helfen mir dann beim Arbeiten, beim Herrichten der Materialien. Also so sehe ich meine Freunde auch wirklich viel. Okay, das heißt, der tut es da quasi so doppelt, doppelte Buchhaltung. Zwei Dinge miteinander verbinden. Okay. Also die doppelte Buchhaltung ums Sozialleben, die habe ich jetzt schon als Zeitersparnis quasi verstanden. Aber bitte erzähl uns doch noch ein bisschen mehr darüber, wie geht sich das alles aus, weil das geht sich ja nicht einmal rechterisch aus. Die fünften Stunden kann ich mir jede Woche neu einteilen. Also mein Chef hat da überhaupt keine Probleme, wenn ich ihm das einfach schreibe. Also ich schreibe es ihm jede Woche und dann geht sich das gut aus. Und zum Beispiel, ich muss halt ja schon ehrlich sein, ich arbeite halt fast immer, also immer wieder momentan. Jetzt habe ich mir ein paar Wochen mehr Zeit genommen für mich. Jetzt habe ich halt keine Schule. Sonst bin ich es halt gewöhnt, bis um zwölf in der Nacht auch immer wieder einfach zu sitzen und dann um halb sieben aufzustehen. Das ist einfach, bin ich einfach auch gewöhnt. Und das Fitnessstudio, in das ich gehe, ist direkt neben meiner Arbeit. Das heißt, oft gehe ich vor der Arbeit, gehe dort duschen und gehe direkt weiter in die Arbeit. Jetzt zum Beispiel während der Zeit in den Ferien habe ich dann, war ich um sieben im Fitnessstudio bis, oder um halb sieben bis acht und dann war ich halt in der Arbeit. Und ich meine, dadurch, dass das Fit-in mehrere Standorte hat, kann ich egal, wohin gehen. Auch neben der Schule gibt es eins und so. Und dann eben ein paar Freunde, die holen mich dann von der Arbeit ab oder gehen mit mir essen und dann Aha lernen. Zum Beispiel donnerstags arbeite ich nie und dann zum Beispiel Donnerstag gibt es oft eben Aha lernen Zeit oder so was halt. Und eben, ich habe am Abend dann auch immer wieder Zeit. Also ich kann sehr, ich bin sehr produktiv, so um zehn am Abend noch, so für zwei Stunden. Oder ist auch in der Früh. Oft bin ich zum Mittag, brauche ich meine Zeit, wo ich dann halt oft von der Schule in die Arbeit fahre oder so. Und das ist oft die Zeit, wo ich eh nichts tun kann, was dann gut ist. Da habe ich meine Mittagspause oder so. Und das ist halt auch die Fahrt. Und ich schaue, dass ich sehr viel von den Sachen, die ich wartete, auch gehe, weil ich irgendwie da dann wieder so in meine Entspannung komme. Und ja, also irgendwie geht sich das eh immer aus. Also ich habe halt auch, ich plane auch wirklich viel. Also ich muss auch ehrlich sein, also Sonntag eine Stunde nehme ich mir wirklich Zeit, um die komplette Woche durchzuplanen und mir genau zu planen, wann ich kann und schreibe auch meinen Freunden schon die Zeiten, wann ich kann. Also das ist wirklich wichtig, weil sonst geht das halt nicht. Ich habe diese Motivation, das einfach zu erreichen. Und ich weiß auch nicht genau, woher diese Motivation kommt, meine Träume so zu verwirklichen. Ich meine, ich bin sehr, also das ist jetzt sehr sozial, quasi auch Aha-Lernen, aber sonst auch sehr wirtschaftlich bezogen und habe vor, auch weitere Unternehmen in Zukunft zu gründen. Also jetzt nicht nur Aha-Lernen und was auch immer. Und meine Eltern sind zum Beispiel Sozialarbeiter. Also mein Vater ist Sozialarbeiter, meine Mutter ist Therapeutin. und es ist halt, ich weiß nicht, mir ist es so wichtig, das alles selbst aufzubauen. Und wir haben halt, also sie haben vor allem jahrelang jetzt das ganze Geld natürlich in die Privatschulen, Alternativschulen gesteckt, weil mein Bruder ist auch in der Alternativschule. Und mir war das immer so wichtig, mir alles selbst zu finanzieren und einfach da auch Geld selbst zu verdienen und Verantwortung zu übernehmen. Also ich kann mich erinnern, mit sechs Jahren habe ich meine Mutter zum ersten Mal hatten wir irgendeinen Streit und ich habe gesagt, ich ziehe mir zwölf aus und hat das irgendwie so überzeugend gesagt, dass sie war okay. Und das ist dann, ich weiß nicht, das war immer mein Wunsch, aussitzen sobald wie möglich. Und jetzt halt in der gleichen Wohnung ist es halt super mit meinem Teil dann, weil ich halt meinen Bruder auch nebenan direkt habe und mir mein Bruder halt wirklich wichtig ist. Du sag, hast du auch manchmal Durchhänger oder erlebst du manche Dinge auch mal als, ich weiß nicht, herausfordernd oder reibend oder so? Ja, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, dann ist das ganz klar für mich, dass ich auch sage, ja voll okay, da mache ich halt auch drei Tage keinen Sport und dann sage ich auch, okay, ich nehme einen Tag nur im Bett oder so. Oder ich habe mir jetzt auch ganz klar vorgenommen, weil die Wochen werden jetzt auch ein bisschen stressig werden, weil ich noch recht viel zu tun habe, dass ich dann sage, okay, den Tag vor der Stelle, so den letzten Ferientag habe ich mir auch gesagt, okay, da liege ich nur im Bett und ich finde das halt auch sehr wichtig, dass ich eben die Zeit so auch verbringe, weil nur was tun ist auch nicht gut, also das weiß ich auch und es ist auch wichtig, eben Zeit für mich zu haben und ich merke es dann auch, wenn es mir zu viel wird, merke ich es eh sofort und das Einzige, was halt ist, ich glaube, ich habe, das verwundert jetzt vielleicht alle, aber ich hatte die meisten Fehlstunden aus der ganzen Klasse, weil ich bin so ein Mensch, ich werde eigentlich nie wirklich krank. Ich merke sofort, wenn es mir ein bisschen zu viel wird, dann nehme ich mir einen Tag frei und liege einfach einen Tag im Bett und mache gar nichts und entspanne mich und dann geht es wieder und dann weiß ich, das war genau der richtige Tag und das heißt für mich, ich gehe nicht in die Schule, nicht in die Arbeit, ich nehme mir einen Tag frei und das passiert vielleicht alle drei Monate mal, aber dafür werde ich nicht krank und schaue halt wirklich auf mich und mein Lehrer hat ja schon gesagt, ich weiß schon, dass du am öftesten krank bist, aber bevor ich dann zwei Wochen zu Hause liege, ist es für mich angenehm, einfach einen Tag zu Hause zu bleiben und ich liege ja dann wirklich im Bett und sage, so und jetzt gönne ich mir das und bin einen Tag im Bett. Für mich ist es dann total die Entspannung, endlich was tun zu können in der Arbeit. Also ich gehe da wirklich voll auf und ich gestehe es mir auch immer mehr ein, dass das halt meine, also dass das mich so erfüllt, weil ich weiß, ich bin einfach so ein Arbeitstier und ich werde immer total viel arbeiten. Achtsamkeits-Expertin fragen. Wie ist deine Einschätzung über Linas Selbstfürsorge? Also ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr sie verbunden ist mit sich und wo sie einfach merkt, jetzt spüre ich, jetzt ist, aber manchmal bin ich ein bisschen besorgt, gebe ich zu, denke ich, oh, was geht es? Doch, schlicht explodiert sie nicht oder so und erlebe dann immer wieder, wie sie einfach dann plötzlich sagt, nein, das habe ich nicht gemacht, weil das wäre mir zu viel geworden. Wo es auch stark um Beziehung geht, wo sie wirklich, ich merke, sie spürt sich einfach und das berührt mich sehr, weil sie ja noch, du bist noch so jung und das ist ja nicht so selbstverständlich. Bei Erwachsenen schon eh auch nicht und ich sage auch immer wieder, du ist ganz wurscht und wenn es jetzt nicht ist, irgendwann machen wir es. Wir haben keinen Stress, keinen Druck, schön langsam, es soll immer Freude sein und kein Stress. Sonst sind wir am Thema verfehlt, weil uns geht es ja darum, das zu vermitteln, dass es Freude machen kann, dass es Interesse weckt, dass man dann freiwillig mehr macht, so wie die Lina, die ist einfach interessiert an den Dingen. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist wirklich eine neue Generation, es ist unglaublich, was viele junge Leute jetzt einfach, wie weit sie schon sind, wie entwickelt, wie reif, wie, ja, das brauchen wir, glaube ich, die Welt braucht das dringend. und es ist etwas, was mich immer wieder unglaublich beeindruckt, auch diese Energie, also dieses Wahrnehmen der eigenen Freude und wie viel Energie da entsteht, weil man das macht und so, wie da plötzlich Zeitreserven sich auftun und so unglaublich viel möglich ist und was ich auch noch rückmelden wollte, mich hat das sehr beeindruckt, Lina, wie du jetzt gesagt hast, dass du dir, wenn du merkst, es wird zu viel oder so, auch deinen ganzen Tag einfach freinimmst, das finde ich wirklich toll. Ich kenne das eher so, dass man dann sich da und dort ein paar Minuten irgendwie abknapst und es ist dann zu wenig einfach und du spürst das offenbar so ganz, ganz klar, so okay, ein Tag roh, ein Tag im Bett liegen, ohne das irgendwie zu bewerten oder so, sondern das ist genau das, was ich jetzt brauche und es scheint ja auch bestens zu funktionieren. Möchte ich euch so zum Abschluss bitten, was wäre denn so etwas, was ihr gerne vor allem auch jungen Menschen weitergeben möchtet? Das, was ich mir wünsche und was meine Träume sind, ist nicht unrealistisch, sondern ich kann es einfach machen und ich muss, und ich kann einfach jetzt loslegen, weil ich habe einfach auch mit Erwachsenen geredet, immer wieder, die sagen, boah, nicht hätte das so gern gemacht, nicht hätte das so gern gemacht, die vielleicht gerade 50 sind und ich mir immer denke, dann mach es doch, was hindert sich daran? Natürlich bei den meisten die Energie, aber das ist dann vielleicht auch, vielleicht habe ich auch einen Job, der mich halt nicht so glücklich macht und genau, und ich bin halt, ich habe dann das Buch von John Strzelecki gelesen, also ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt, das sind, da gibt es ein paar Bücher von ihm, wo ich die Big Five for Life gelesen habe, das sind so die fünf Dinge, die dein Leben so erfüllen und, oder ja, fünf Dinge, die du wirklich tun möchtest und habe da ein paar Bücher von ihm gelesen und da ist mir zum ersten Mal so klar geworden, das, was ich mir wünsche, ist nicht verrückt, sondern ich kann es tun und ich kann jetzt beginnen, eben mein Unternehmen zu gründen, ich kann jetzt Leute da unterstützen und ich glaube, für mich ist es wirklich so, mein größter Traum ist es halt irgendwie, Menschen dabei zu, also vor allem für Menschen auch Orte zu schaffen, an denen sie sich entfalten können, an denen sie so Dinge erleben können, wie ich sie eben oft erlebe, wo ich so begeistert bin und ich glaube, dass es auch eben okay ist, wenn man sagt, okay, ich bin nicht super motiviert, aber es gibt eine Sache, die mich super begeistert und man muss nicht immer perfekt sein, sondern man darf sich eben auch zugestehen, okay, es gibt Zeiten, in denen ich einfach nicht kann und das ist voll okay. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob du vielleicht auch einen Tipp hast, wie Menschen herausfinden können, was sie begeistert, da hat er doch gesagt, dass viele haben das noch nicht gefunden und so. Ich habe meinen besten Freund, der einfach für sehr wenig teils motiviert ist oder teils für gar nichts, viel geredet auch drüber, weil ich eben so motiviert bin und immer so, viele sagen mir, hätte ich nur ein Prozent deiner Motivation, wäre ich schon super motiviert und ich glaube, oft muss man sich das auch einfach lernen, einzugestehen, weil manchmal sind das Hobbys, die man sich nicht eingestehen möchte, weil sie vielleicht nicht das Hobby sind, wo man sich denkt, man kann das meiste Geld damit verdienen oder ich weiß nicht, das wird von anderen gut angesehen. Manchmal sind das irgendwelche Hobbys, trotzdem glaube ich, kann man wirklich, wirklich mit allem, was man wirklich möchte, das zum Beruf machen und sei es ein Teilberuf oder sei es, wenn du ein Hobby hast, das dir wirklich Spaß macht, kannst du schauen, was macht dir genau daran Spaß und ich glaube eben, dass mit allem, wo du wirklich gut bist, kannst du auch Geld verdienen damit und das, was dir auch Spaß macht und es geht nicht immer nur um Geld, weil wenn du das Grundgeld hast, das du brauchst, um zu überleben und zusätzlich was tun kannst, was dir Spaß macht, dann ergibt dein Leben so viel mehr Sinn, als wenn du in einer großen Villa wohnst. Zu lernen, sich selber wahrzunehmen, halte ich für sehr, sehr wichtig und wenn ich das lerne, eben meine Empfindungen wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, dann merke ich auch eher, was mein, sozusagen, was mein Herz braucht oder was ich brauche, was mir gut tut und sich danach zu orientieren und Selbstvertrauen zu entwickeln und was ja leider in der Schule oft überhaupt nicht passiert oder überhaupt im Leben wird das eher unterdrückt und das ist ein Jammer, denn wir wissen ja überhaupt nicht, was wir in der Zukunft brauchen. Vor 50 Jahren haben wir gewusst, was man in 20 Jahren brauchen wird. Das wissen wir jetzt gar nicht, außer Selbstbewusstsein und Kreativität, Kooperation, Kommunikation, kritisches Denken. So, das sind wieder die vier Ks und ich glaube, wir müssen sehr viel weiterdenken und vor allem in größeren Zusammenhängen. Einerseits, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, wobei es jetzt nicht um Egoismus auf Kosten von anderen geht. Einerseits ich und wie, also das ist jetzt meine Philosophie, ein bisschen, wie kann ich mit dem, was ich gut kann, dem größeren Ganzen dienen, denn es geht in Wirklichkeit jetzt ganz intensiv um das größere Ganze. Und wenn wir an Klima denken, ist es jeder einzelne Bereich, in dem wir etwas dafür tun können und das ist dringend lebensnotwendig. Und ja, ich möchte irgendwie die Kinder stärken, stärken, im Ausprobieren, im Fehler machen, im, ja, allem, was da ist, anzunehmen auch. Ja, auch die Depression, die dazwischen wahrscheinlich auftaucht, wie bei uns allen Menschen, wo man denkt, um Gottes Willen, was soll das werden? Ist auch okay. Und dabei jemanden zu haben, denn dabei begleitet vielleicht. Und das würde ich so schön finden, wenn ich mehrere aus meiner Generation finde, die bereit sind, ein bisschen Zeit zu schenken, jetzt neben dem Aha-Dings, das nennt sich One Hour Present, die bereit sind, eine Stunde präsent zu sein mit den Kindern und ein Geschenk, sozusagen das Zeitgeschenk zu geben und vielleicht an Brennpunktschulen zu kommen, weil ich erlebe, ich habe schon ein Sozialprojekt, wo ich erlebe, welche Freude die Leseparten, das sind halt dort Leseparten, sonst will ich eher Mentoren, welche Freude das den Kindern macht, die freuen sich an den Haxen aus, wenn die Person kommt einmal in der Woche und welche große Freude, die zumeist Herren sind das, witzigerweise, weniger Damen als Herren, haben, da mit den Kindern zu sitzen und mit denen zu reden. Es gehört nicht viel dazu. Eine Stunde in der Woche und wenn man gerade verreist ist, weil man ja auch wohlverdienten Ruhestand hat, dann ist man halt weg, sagt man das der Lehrerin und kommt man halt nicht. Kein Problem. Das ist mir ganz wichtig auch. Das war ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch. Ich könnte noch Stunden mich mit euch unterhalten. Ich bin ganz begeistert von den Saaten, die ihr da aussieht und die sicher ganz, ganz wunderschön an vielen Orten aufgehen werden. Und ich wünsche euch ganz viel Freude und Erfolg mit eurem Aha-Lernen und euren diversen, sonstigen, unzähligen Projekten. Und ich glaube, wir werden uns noch öfter über den Weg laufen. Danke auf jeden Fall für eure Zeit und die Erkenntnisse, die ihr teilt.